Ach, das davor, das ist ja nicht so schlimm. Das davor was? Ja, was wir jetzt gerade eben. Achso. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, es nimmt jetzt auf bis zum Schluss. Das reicht. Genau, das kannst du jetzt minimieren, theoretisch. Den Open Broadcaster. Ich muss dann aber, wenn ich das Spiel starte, ich kann ja auch das Spiel, also das kann ich ja so aufnehmen. Und das andere kann ich ja dann über Shadowplay aufnehmen. Das Video lad ich ja eh hoch. Es wird ja eh live gestreamt. Ja klar, aber du musst ja trotzdem, äh, im Fenstermodus musst du wahrscheinlich fahren, weil sonst kann ich dir nicht zugucken. Und da kannst du ja das laufen lassen. Äh, das ist eine gute Frage, wenn ich jetzt das Spiel starte, ob es überhaupt geht. Also mal gucken. Oder rein theoretisch müsste es gehen. So, Steam. Alle Dateien erfolgreich überprüfen. Wunderbar. Na, da kannst du das schon schließen und kannst jetzt mal ein Spiel gehen. Mal gucken wir mal, ob das gleich genommen wird. Kannst du was sehen? Nee, ich sehe jetzt nur Steam. Machen wir mal Fenstermodus. Ja, jetzt kann ich zusehen. Willkommen mal, ob Broadcaster mitläuft. Der das auch aufnimmt. Nee, was auch jetzt hab ich das klein gemacht. Das ist das Großmacher, ja. Macht doch. Müsste eigentlich betreuen. Ja, macht damit. Wunderbar. Genau. So, jetzt komme ich ganz kurz rein. Denk der Lobby. Ich baue einfach eine. Ja, wie gesagt, ganz normal. 15 Minuten Training. Quali, Rennen, ist egal. Wetter auch bedeckt. So, Moment. So, Moment.